Wie findet ihr die Katze bis jetzt? Ganz gut, ja, ganz gut. Kann man schon so machen, oder? Kann man schon so machen, ja. Die Reise hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ihr kommt aus woher? Reising bei München. Ja, München. Das wievielte Mal seid ihr hier? Das zweite Mal, letztes Jahr das erste Mal. Das dritte Mal? Sehr schön, Dankeschön. Das wievielte Mal?